Weg Ich hab ihm Headshot gegeben, er ist tot Mit dem Auto will mich alle überfahren Hallo Leute Hallihallo wir überfahren grad schwarze Ja wir überfahren schwarze und wir sind wieder an einem Unturned Gameplay Auf deutsch natürlich hier mit Zurück mit unseren Super super Mit unserem super super Typen Da ist einer, ein OP Typ Der hat mich gekillt Das fängt schon gut an Der hat mich gekillt Die ist ja zu zweit Der hat mich gekillt, da liegt mein Loot bei der Farbe Oh schau mal auf Alter, nein du darfst nicht abhauen Ich hab ihn nicht ab Ich hab ihn gekillt Ich hab ihn gekillt Fängt schon wunderbar an Ich hab ihn gekillt Da kommt man gar nicht zu begrüßen, schon ist man tot Aber, na, ja, letzte Folge Ja, du bist die Geizheld, Alter Letzte Folge kam der Flash Der Flash für mein Leben Ja, Leute, ich werde euch diesen Flash jetzt gleich rechts um einblenden Kappen Okay, der ist tot Hallo, einfach looten in ihr, Mann Ich hab den doch getötet, Alter, das ist doch mal loot, Mann Das ist sein, Loot, das Ähm, Torm, dein Loot, Alter, wenn das alles alles verpackt Ja, Alter, ja, ich hole es Ich bin das wichtige, warte Ja, Helm, oh ne, den Helm brauche ich nie Headphones Also, äh, wo war ich, äh Die, der Flash in der letzten Folge Ich glaub, manche erinnern sich noch dran Den blende ich jetzt mal kurz ein Oder ich blende ihn nicht ein, ich zeige ihn Ihnen kurz Also, bis gleich So ne Arschkreige, Junge Bin gleich da, Leute Ja, was, mach ich dir leichter, das Ding brennt schon Alter, wenn mein Nein Ich bin fast verreckt, Alter Oder Also, hier sind wir wieder zurück Ich hoffe, es hat euch gefallen, war echt lustig, letzte Folge Habt ihr sie noch nicht gesehen, ihr müsst sie euch anschauen Geht vielleicht ein bisschen lang, aber Wenn man sich da mal hinsetzt mit Popcorn oder keine Ahnung was Dann ist das richtig geil Ich bin grad aufm Weg Also, der Flash, der war echt richtig lustig Und, ja, ich hoffe, ihr fühlt damit Äh, ja, jetzt bin ich zwar verreckt, mein Loot liegt da noch Jetzt geht's einfach mal weiter Setzt euch hin, schaut die Folge an und versetzt euch einfach in mich hinein Gartenzeile, Leute Wieso brauchst du euch? Ja Also, ich hol' mir mal meinen Loot Ich hol' mir mal meinen Loot Der hat Der hat Weil ich brauch mir ne Zweitwaffe Am Anfang warst du wieder ne Schlacht, weißt du Ich hol' mir ne Zweitwaffe an hier Ja, eigentlich schon gleich am Anfang geht's schon wieder ab Also, ich glaub' ich verreck hier die ganze Zeit Der stand mir gegenüber und gibt mir einfach so Headshot Ich hab' aber auch nicht so schnell reagieren können Aber ich tue eigentlich immer auf Anschluss machen Erstmal das Wichtige Ich hab' ihn gekillt Ja, lasst mein Zeug bitte liegen, bitte, bitte, bitte Was soll ich machen, damit ich schneller renne? Ich hab' die Sachen, die ich nicht brauche Also, länger Auf der Levelpack ne' ich gleich mal mit Ja, hier, was ist da mit? Alle, wenn das jetzt verpackt ist, dann krieg' ich nen Kollaps Leute, bei Ausdauer, was soll ich das gön? Hier, ein bisschen Licht Zack, 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 zack Das lockt Zombies an, das lockt Zombies an Nein Peißbrauch Hey, ist doch geil Hier, warte mal, das hast du noch vergessen, Tom Was? Hey Junge, das ist geil, wenn das Zombies anlockt Was hab' ich vergessen? Nee Ich trau' dir mal ein paar Sachen, die ich nicht brauche Ich hab' mir grad keinen Platz Hier ist einer, hier ist einer Werler wird da? Ich nicht Hello Hello Ah gut War der gut? Wo ist er? Wo ist er? War der equipped? Nee, das ist ein richtiges Anschlag Nein Leute Warum müssen die sich alle schwarz machen, Pascal? Keine Ahnung Frage ich dich jetzt auch Keine Ahnung Das ist so Das hab' ich nicht eingestellt Bei mir ist ein, ähm Ja Ich habe ein Snape Herbstgear-Magazin Ähm Magazin ist bei mir verpackt, Leute Irgendeiner hat meine Haar-Count Alter, wer hat meine Haar-Count? Gib die her Ich nicht, das ist meine Ja, Geper, ich hab' dich für dich aufgehoben, damit die nicht verpackt Ach, okay, okay, okay Nimm's zurück, sorry Danke, gell Wo ist das Magazin? Nimm schnell, bevor die noch verpackt Da hab' ich nur noch ein Magazin für die Haar-Count Hier leg' nur mal hin, jetzt hab' ich Platz Jetzt los, los, los Ja ich hab' auch immer nur noch eins drin Man braucht hier eigentlich nicht mehr Pascal, willst du einen LAPE Strike für Nachkampf? Nimm den LAPE Strike Nimm den LAPE Strike Ich kann deinen gebrauchen, Eko Hier ist die Zwilles und Polis gespawnt Echt? Booh Woah Geil Ne, die braucht jeder Nimm, 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 nimm Die braucht unser ganzes Team, Leute X-Player, drop das bitte Das teilt ihr euch erstmal bitte auf Ja, echt so Was war das? Ich hab' voll, ich hab' voll Weil ich brauch' das jetzt nicht so richtig Ich weiß, ähm, tauscht, hier, 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 ähm, Sir, tauscht du ne, ähm, Sportshot gegen den Meppelfield, im Meppel-Strike? Strike. Wer tauscht eine Sportshot mit einem, äh, hat mit einem richtig geilen Zoom-Magazin mit neiner anderen geilen Waffe? Tom, ähm, ja, ich hab da nur was getrunken, ja. Oh, danke für die Antwort. Ich bräuchte noch was für Nahkampf, hab ich jetzt gar nix, ne? Hier, Tom, hinter dir. Irgendwie ist alles hier verpackt, Alter, meine ganze Waffe, alles? Ich dropp ein, stelle alle Pfeile und sowas, was ich nicht mehr brauche. Was für ne Scheiße. Yo, Alter, da hat YouTube jetzt echt was zu sehen, geht echt ab hier. Äh, hier ist ein Farmer-Outfit. Hey, geht die Aufnahme schon mal! Wer will Farmer werden, ja klar. Wer will Farmer werden? Ich natürlich, weil wir alle hier auch, äh, gern so haben, ne? Ja, ich bin da Farmer und lebe auf dem Land. Haben wir jetzt alle auf dem Server weggesnackt, oder wie? Leute, wartet mal bitte auf mich, ich geh nochmal auf das Connecten. Wir haben jetzt alle bestimmt auf dem Server schon einmal gekillt. Ja, Sir, du, 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 du wolltest doch ne Metal Strike loswerden. Oh mein Gott, weißt du, wie krass man so eingefallen ist? Wir müssen unbedingt mal wieder nach Hause. Nehmen wir mal meine Sportschau mit dem geilen Magazin, Alter. Okay, nimmst du nur die Mepel, oder die? Ja klar, nimmst du die Mepel. Aber ich probier jetzt erstmal, ob meine Waffe wieder in Ordnung ist. Ja, ne, ich brauchst du nicht mehr, sorry. Oder nimmst du hier? Ey, du könntest ein bisschen zu, unser nächstes Spiel ist unser Haus, weil ich glaub, da war jetzt schon jemand. Ja, geh mal zu zum Haus. Ja, gemände Sportschau. Leute, wenn eure Waffen oder so verpackt sind, geht an euch alle, die bei YouTube gerade zugucken, müsst rausgehen aus dem Spiel und wieder rein scheuen, dann geht das wieder. Okay, also gehört, Waffen verpackt, rausgehen, rein scheuen. Raus, rein, so läuft das. Okay, ich fahre, ich fahre mit dem Truck, der da nicht steht. Ja, hier ist auch noch ein Truck. Wir fahren nach Hause, komm, hier den, das ist der Truck. Ja genau, wir fahren nach Hause. Ja, gehen wir jetzt voll im Truck. Warte mal kurz, ich guck mal, wo wir nach müssen, wir müssen zur... Darf ich fahren? Oh, ich hab einen geilen Platz. Lass surfern, der weiß, wo es lang geht. Wir müssen zur Cotton Island, ne? Lass mich fahren, weil ich weiß, wo es immer lang geht. Warte mal kurz. Lass uns lang gehen, ich weiß, wo es lang geht. Nein, trotzdem, du lässt surfern. Keine Sorge, ich weiß, wo es lang geht. Also lass ich ganz schön, lass ich ganz schön so liegen beim Let's Play. Sobald ich mich, sobald ich falsch fahre, weil mein... Boah, Hilfe! Warte, falsch gefahren, Mann. Auto kaputt. Nein. Warte, ich hab ne Blowtorch. Ja, reparier mal. Ja, warte, lass mich ausstecken. Mach es nochmal an, das war grad gut. Ja, so. Ich kann die grad nicht hier quippen, weil wir die Waffe sind. Das ist so ein leichtes, wir sind jetzt so ein leichtes, auch vor einem Schuss nach anderem... Ja, echt so. Alter, lass mich doch mal bitte fahren. Ne, ich kann die Blowtorch jetzt nicht nehmen, ich hab keinen Platz in mir mit Tagen. Lass so fahren und gut, Alter, ich mach jetzt bitte, lass mich fahren, Alter. Alter! Boah, ich hab gedacht, da schießt ein, Alter. Nein, lass mich freuen, Alter. Ey, es brennt klein, Mann. Stehen bleiben. Stehen bleiben, du Behind-Di. Alter, bleib doch mal stehen, Mann. Ich bleib doch stehen. Bentin, bleib jetzt stehen. Ah. Bleib jetzt stehen und jetzt reparieren wir das Auto und die anderen schützen uns. Zeigen alle mal kurz aus. Alle beschützt das Auto hier. Bentin, du fährst nicht. Alter, mach das Licht aus. Ich stehe doch mal gleich im Fahrerplatz. Wisst ihr, wie weit man das Licht sieht? Auffällig dieses Licht. Aber überfahrende, wir können wieder fahren, also weiter geht's. Ich sehe den Autor, Leute, hinter uns. Ich hab ein Auto lang. Nein, nein, ich bin ausgestiegen. Ich weiß, das ist schon das Trotzmal. Leute, wir fahren gehen. Mach doch hin und jetzt, Mensch. So. Wo fahren wir hin? So, das nächste Mal. Ich hab ein Auto. Zu unserer Base. Wenn du nächst einmal aussteigst, dann steigst. Ja, wenn, dann steigt den raus. Ihr habt doch alle Waffen. Was da drüben? Was ist los? Hinten wir uns von Auto, Leute. Aber das ist schon weggefahren, das ist abgebogen. Auto Bus. Das Licht mal an. Das ist oben. Party Bus. Und wir besser fahren. Party Van. Fassig durch ein Haus Party. Haus Party, Haus Party. Da vorne links zu unserer Base. Links links. Auf unserer eigenen Insel. Gott sei Dank endlich mal wieder von unserer Base. Hier nochmal im Video markiert. Was? So, cool. Alter, was hat sich so geändert hier, Junge? Jetzt nach rechts. Nach rechts. Ach, hey, Junge, ich weiß es doch schon. Ich kann unten in der Mitte von euch durchschießen. Ich auch. Hey, doch, kann ich auch. Endlich mal wieder im Vertrautenheim. Ich bin's kacke da, hier so in der Mitte zu sitzen, weil Tom kann jetzt richtig leicht von hinten einfach abgeschraubt werden. Einfach ins Meer rein. Einfach ins Meer. Ich bin tot, Alter. Ich bin's Opfer. Oh, los, Mann. Könnt ihr mit mir noch jemand mitkommen, falls ich noch... Ich bin noch ein Riesen-Zombie. Pascal, willst du? Oder gehst du gleich vor? Hier, nimm mal das Zombie mit. Hier ist sogar keine Campfire mehr. Der hab ich alle weggemacht. Ich brauch Rücken-Deckung, Leute. Jetzt geh schon vor. Guck mal, ob da hinten jemand ist. Es geht mal in der Mitte davor weg. Unsere Base sieht noch gut aus. Ich hab dann geguckt, da ist keiner. Ich hab dann noch ein Sleeping-Bag gefunden. Ja, ne mit. Ja, im Clubbeschuss, gerade weil die wissen, dass die abgeknallt werden. Der ganze Server hat Angst vor uns. Der ganze Server hat Angst vor uns. Dass wir gerade die aggressivsten auf dem Server sind. Ach echt? Hätt ich nicht gedacht. Ja. Ja, cool. Mal was Neues. Alter, warum schwimmst du schneller, X-Player? Unser Sniper-Tour, endlich mal wieder. Ja, endlich mal im vertrauten Heim. Gleich mal alles in die Truhe. Hey, steht da oben jemand auf dem Dach? Soluten, warte, ich gucke. Ne, das ist ne Tanne. So, sah so aus. Da schmerzt doch schon gerade. Da ist der Riesen-Zombie, der Kapitänze. MC ist mitten auf dem Weg rausgesprungen. Wer hat den Alice Pack? Ich? 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 Alice Pack ist immer geil. Ich weiß gar nicht, worum es geht, aber ich habe einfach gesagt. Oh, der Riesen-Zombie ist nie. Schade. Wer auch echt macht's, ey. Ich brauche das Sport-Shot-Magazin, ne? Ich möchte Sniper. Diesen Bett, ein weißes. Ja, ich weiß, das habe ich platziert. Habe ich mir hergestellt. Ja, Johnny ist wieder einer draufgekommen. Ne. Eigentlich gehen die hier nicht mehr her, weil die wissen, die werden klar abgeknallt. Ein neuer vielleicht, probiert's nochmal, aber dann auch nicht mehr. Also, wenn ich keine Skills hätte, hätte ich auch die ganze Zeit probiert und nie genervt. Ich hätte so gemacht, die ganze Zeit probiert. Weil ich habe ja keine Skills nicht. War was? Ja, ich schon, aber. Und auf meine Tote, auf meine KD gucke ich ja auch nie, weil es ja untürnet ist. KD habe ich schon genug. Ist eigentlich gut. Ich habe schon über 500 gekillt, Alter. Ich setze noch eine Bat-Roll. Kann sich irgendwer claimen. Fuck. Ich habe eine Karotte. Ich gehe jetzt mal zu meiner Base und dann gehe ich pissen, Alter. Äh, ich habe... Ach ne, ich bin ja gestorben, deswegen. Ähm, was soll ich? Mit der... Mit der Leti soll ich machen, ne? Ja. Damit ich nicht so schnell Hunger habe. Okay, hab ich... Kann ich deine Karotte zusammen verkraften? Gehst du auf diesen... Gehst du auf diesen... Gehst du auf... Äh, hier. Drafting? Ja. Dann gehst du auf diese... Barrikades. Ganz kreuzig, ganz runter. Ach da. Hi. Ah, Karlsruhe. Moin, moin. Ich packe mal, alte Waffe. Irgendwer wird unser Autoppaar hundertprozentig. Komm, Sachs, komm nicht mehr. Fast, heil. Ne, einer doch. Ja. Ich habe letztes gefunden, nicht erstes. Oh, Karlsruhe. Oh, ich habe was ertrunken. Ich habe zwei Binoculars. Hat jemand Ducktape? Ja, ich habe ganz viel. Okay, wo bist du? Ich habe zwei Stück, die hat er gedroppt. Ich bin oben bei den Kisten. Ja, hier, komm her. Drop. Ja, ich habe auch noch ein bisschen Ducktape. Ähm, ich muss... Alles, was ihr habt. Hier. Ducktape. Uh. Ducktape. Oh. Na, 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 na. Ach so, ich wollte schon sagen, wir sind verpackt. Oh. Oh, ich kann jetzt Sachen reparieren, weil ich habe jetzt richtig viel Crap Metal. Oh, ich kann meine... Warte mal, was brauche ich denn hundertprozentig? Die Säge brauchen wir eher nicht. Geht aber bitte jemand schnell die Blowpipe. Ich möchte meine, ähm, ich möchte diese Waffe eben abwerfen. An diese eine Story kann ich nicht ran. Ja, auch nicht. Die letzte kann ich nicht ran. Ähm, kann mir jemand jetzt seine Blowpipe... Da wäre eine Blowpipe alles. Was ist? Ich habe keine Waffe drinne. Wer hat eine Blowpipe? Ich habe gar keine. Ähm, Tom, hast du eine Blowpipe? Yo, ich habe Pringles. Oh. Tom, hast du eine Blowpipe? Äh, hast du eine Torch? Anthorn, doch nicht. Ah. Tom, hast du eine Blowtorch? Das stimmt ja. Ja, beim... Beim Ding. Ja, ich brauch schon mal kurz. Beim Generator habe ich gedroppt. Ja, beim... Beim Generator habe ich gedroppt. Oh, warte. Alter, hier kackt alles ab. Ich gehe mal raus. Bitte. Muss ich schon aufnehmen. Ich muss nämlich meine Waffe. Ich muss nämlich meine Waffe wieder reparieren. Ach so, aufgenommen Tom, ne, ne? Ja, klar, ich nehme auf. So. Klar, oh. Schneid sie bitte. Ja, schneid sie bitte raus. Ja. Hat wer noch einen Mental Scrap? Kann ich mal gucken, warte. Ja, ich habe zwei. Okay. An die kann ich auch nicht raus. Das verdingt. Hier ist Tape ohne Ende. Wo? In der Truhe hier. Zwei Tape. Tape ohne Ende. Chaos, wo bist du? Da, wo er, ähm, er hat eben das Metal Scrap für mich. Komm, ich bin, komm zurück. Ich hier, vertrei. Ich habe Scrap Metal. Quentin, komm her. Ja, ich brauch das eben. Quentin, ich habe gedroppt. Bisschen Inventar sortiert. Den mich bitte einfach an die Fremde, okay? Das kann ich mir nicht merken. Ja, echt so. Ja, ich habe es gedroppt. Und bin ich jetzt high? Oh, doch nicht da unten. Aber passt alles, das ist nicht schlimm, die high. Wie sieht es im Zoom aus? Kamen ja wunderbar ist, wie heißt die? Wie heißt diese, ähm? Pascal, du bist oben im Night-Turm, ne? Bleib da, mein Gott. Wie heißt die Handwaffe mit dem Glock-Verschnitt, ne? Ach, der Rollstuhl ist da. Tom, wie heißt die Handwaffe mit dem Glock-Verschnitt? Da kann ich da. Ja? Ja? Wie heißt die Handwaffe mit dem Glock-Verschnitt? Eine Käste ist wieder verpackt. Was mit? Mit diesem Glock-Verschnitt, den ich dir gegeben, die ich dir gegeben habe. Hä? Ich habe dir doch eine Waffe gegeben. Was für eine. Welche war das? Nehmt das bei uns auf? Alter, ich habe keine Ahnung, was du meinst. Pascal, guck mal meine Waffe. Pascal. Ja, ich sehe es. Nehmt das auf? Ja, der nimmt auf. Ey, wer hat geschossen? Wer hat geschossen? Ich. Tom. Das ist... Ich habe vergessen, wie die verdammt heißt. Leute, könnt ihr bitte nochmal Holz holen für mich? Ich mache auch mit. Ja, ich gehe ins andere Ufer. Ich gehe immer eben am Ufer entlang und gucke, ob da irgendwo jemand ist. Unbedingt wieder Holz. Ich will die... ...Lock noch weiterbauen. Noch höher. Ja, klar. Ja, das ist geil. Eins mache ich noch hoch und dann mache ich noch so einen Balkon. Mach noch mehrere Plattformen da rein. So rein. So. Haha. Ich gucke mal eben schon, ob hier jemand spawnt den Sniper. mit dem Sniper, ähm, Sniper, ich gar nicht. Brauch unbedingt Produzien. Wie, wie sind wir noch ordentlich? Ja, schon noch eigentlich. Ist das eigentlich genug? Alter, ich hatte so viel. Ich hatte echt ganz übervoll, ne? Ja, ich war auch voll, Alter. Ich war voll zu. Ich war voll zugeschissen. Ich habe Kindersack getrunken. Oh, da ist ein deischen Schwarzer. Kill den mal. Kill den mal. Kill den mal. Kill den mal. Ich will den killen. Am anderen Ufer. Ich kann okay. Soll ich ihn können? Ich will den killen. Nein, ich habe... Ich will kaum mehr. Hello, I have nothing. Knall mal ab. Wo denn? Da ist auch ein weißer, 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 schlag ihn von hinten. Ich habe... Headshot. Hehehe. Äh, ne, ich glaube, dass der... Oh, ein Zombie. Der eine weiße muss noch weg. Ah, wo ist der zweite? Oh, Zombie! Der darf nicht an unsere Barrikaden kommen, der macht die kaputt, Mann. Der ist weg. Nein. So. Ihr habt ihr das Holz getroppt, Leute. Also meine Lieblings-Freunde hier gerade hier das Video anschauen. Tut mir leid, wenn gerade nicht die Action ist, aber... Du bist du Pascal. Man muss einfach auch arbeiten. Solltet ihr irgendwelche Tipps brauchen, einfach hier weiterschauen, wie ihr... Ach ja, mach mit raus, man macht ständig irgendwelche Sachen. Ich habe keine Handvoll mehr, weil die... ...wann ich mit dabei und nicht so war. ...und die effektiv sind. Allein beim Fällen des Baumes, um den Baum zu laufen, ist effektiv, um vor Sniper schützen. Immer gewappnet zu sein. Aber, ja, das denke ich... Pascal kann es mir noch mal eine Einladung schicken, oder? Da ist jemand! Ja. Handbaum! Das bin ich. Ich fäll die Bäume. Nein, rechts, da läuft jemand! Nimm aus, Bill, JPEG, das sieht toll aus. Ach, da ist, Alter, der hat Equip. Der hat Equip, der hat Equip. Oh, nee, Leute, ich geh ganz hoch, okay? Ich snipe ihn weg. Der, der schaut mich an. Aber der hat, der hat keine Waffe. Was sagst du? Du hast gesagt, der hat Equip. Ja, Leid, äh, Kleidung. Sieht aber nicht nach einer Waffe aus. Ey, ich seh den nicht, wo bist denn du? Da hinter dem Baum. Oh, der rennt weg, der hat eine Waffe. Warte, warte, warte. Der hat eine Waffe und rennt weg. Ich hab ihn nicht von dir. Da sind zwei Leute naked bei dir. Der rennt weg. Mann, die scheiß Bratschot kommt uns so weit. Ich hab ihm Hedgehead gegeben, er ist tot. Mit dem Auto will mich einer überfahren. Nee, 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 der ist einer mit dem Auto. Ich hab ihm einen Hedgehead gegeben. Nein, der kriegt nicht. Der kriegt nicht. Hilfe, bitte. Schießt auf das scheiß Auto. War er schon die ganze Zeit. Ich hab ihn von in. Kill den, kill den. Ich mach doch schon alles, was ich kann, Mann. Chaos, Chaos, kill den. Er blut. Ich hab keine Munition mehr. Ich hab ihn. Er ist ausgestiegen. Hab nichts mehr, Leute. Den hol ich mir, den hol ich mir. Alles leer. Meine ganze Munition. Hab ihn, hab ihn. Ich hol jetzt den anderen, wo ich Hedgehead nicht hab. Ich hab unbedingt Munition, ey. Ich hab einen Hedgehead gegeben. Ich hab ihn noch nicht. Ich meine es leer. Meine es leer. Scheiße, Alter, Leute. Ich hab nur noch sechs Schuss in meinem Magazin. Hast du noch Zivillien-Ballets? Der Typ hat den Tank? Was hat der noch? Zum Glück will ich nicht so ein, aber guck mal, ich hab noch 26. Der hat eine Crossbow mit dem Scope. Ich mach das auch so, das Gründer Auto. Kann ich das haben? Ich hab 26 Zivillien-Bullets. Ja, das kannst du mir bitte geben. Ich muss meine Hock-N-Ballets. Braucht einer. Ihr spart ja auch nicht ein. Was soll ich machen? Braucht einer einen Siegner-Scope? Das war schon ein. Braucht einer einen Siegner-Scope. Ich war auch ein. So mit der geballert. Ich guck mal, was ich noch mitnehmen kann. Ich hab kein Platz mehr. Castfreak. Castfreak, komm mal her. Die hab ich da reingetan, die Dragon-Ding. Castfreak, komm mal her. Ja, nimm die mal. Zivillien-Bullets jetzt haben. Da liegt da vorne an der Schmau. An der Straße liegt der Quip. Nimm alles mit, bitte. Ja. Da vorne an der Straße. Alles mitnehmen. Denn wir brauchen alles. Ich karte nur keinen Platz mehr. Und dann zur Base bringen. Danke. Ganz vorne an der Straße? Ne, einfach an der Straße links. Wo liegen die? Okay, sehr. Und nimm alles mal mit. Ja. Der da und Rucksack. Die Pascal, nimm aus Sportschot. Ich komm der nicht weit, aber... Ja. Ja. Die Sportschot, alter. Die Sportschot ist so scheiße. Ohne Witz. Die Hawkout ist richtig geil. Brauch ich haben eine Zwetwaffe? Ich hab noch eine Kurs. Kann ich nochmal bitte Zivillien-Bullets haben? Niemand hat Zivillien-Bullets. Ich hoffe, dass du den Hawkout-Magazin oder was hast. Doch, es hört 26. Obwohl, ne, komm. 26? Verhalt einfach. Verhalt einfach die Sportschot. Ich brauch auch. Nimm du die Sportschot einfach. Ne, 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 ich hab, ich hab ne Besser, ich kann, ich kann mit der hier besser spielen. Könnte ich, jetzt noch mal zu William-Bullets haben. Ich hab ja selber was, aber ich brauch mich jetzt. Ich brauch mich jetzt, Alter. Ähm. Oh. Was lag, wo Tom? Der schreckt hier unser Ding. Nichts lag. Was hatte der einen, alles, den du gekillt hast, mit dem Köln? Das bringt alles Chaos Freak mit. Der hatte nicht gutes. Der hatte ein Hawkout-Magazin, ich weiß nur nicht, wie viel drin ist. Wahrscheinlich nichts. Obwohl, wahrscheinlich viel, weil der keine Hawkout hatte. Okay, kann ich das Hawkout-Magazin haben, bitte? Ich check's jetzt mal, also warte. Chaos, was hast du denn so alles? Was ist denn ein Muzzle? Komm gleich, ich hab einfach aufgesammelt, ich zeig euch das gleich. Ähm, ich brauch einmal das Hawkout. Nee, ob du was brauchst noch. Okay, ich brauch dringend Zivillian Ballets. Ich brauch Zivillian Ballets, bitte. Ja, brauch ich auch. Wer hat Zivillian Ballets? Einer hat noch. Ich brauch vielleicht zehn Stück. In der Einkiste ist ne Ranger-Amonation-Box. Ja, die hab ich da reingetan, da ist nur noch ein Schuss drin. Hat einer, bitte Zivillian Ballets. Ich brauch nur zehn. Das war das Wortshot, oder so. Zehn? Nee, das ist Wortshot, das ist kein Hawkout. Nee, du kannst doch das meinstüberhalten. Ich brauch's Wortshot, ich brauch's Wortshot. Hier, hier, das ist, das ist ein Spotshot-Magazin. Ja, ich brauch das. Oh, Count haben wir nicht. Ey, Leute, es hat ja doch einer Ducktape, oder? Nee, hinten in der Truhe, hinten in der Truhe, soll ich's dir bringen. X-Player, ich brauch Spotshot. Chaosfreak, hast du jetzt eigentlich, hast du Hawkout-Magazine? Nee, ne? Ich guck mal. Wo ist das, wo ist das Spotshot? Hey, ich hab Holz dabei, wo soll ich das Holz hin tun? Ich tu das hier unten hin. Ja, hast du? Ich leg das Holz hier unten hin. Hier, Chaos fliegt nimmer. Ist das gelbe Bett, Leute? Nein, hab ich nicht. Schade. Mit hier Munition. So, hat Ösler ein Spotshot-Magazin? Ich hab, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ja, okay, wenn du hasch. Warte mal, was ist das? Ich kann mit nichts mehr schießen, mit nichts. Hey, alter Quentin. Ey, ey, hier liegt sie, ich hab die. Ach so, musst du die holen, warte. Ich brauch für die Munition, bin ich? Ist hier drin, hier? Nee, nee, weil ich hol's. Ich hol grad mal hier drin. Na doch, gibt die Schraub bitte her. Warum nennt ihr das Ducktape, wenn da draufsteht Tape? Ja, weil das in der Schneeben Ducktape heißt. Hier. Was ist ein Metal Sheet? Oh, zwei Stück weiter, weil. Giden. Hat die Maple Strike da noch Muni? ne ja aber auch an ich habe auch ein Geld zu nehmen also er hat gar kein Zivillen Bullets gar kein Magazin mehr ja ich hab schon noch aber ich hab noch sechs Schuss ich bin nicht so er könnte sein von mir aus ich hab auch nicht mehr so viel Mist, wir müssen mal wieder zur Farbe und gucken ich hab nur zehn Schuss und das mit einer richtig harten Waffe Alter, wie hoch ist der Tromwetter? Halt doch nicht Halt doch der sollte noch höher werden aber nicht so hey, wir hören nicht mehr, wir hören nicht auf ich mach noch eh so einen kleinen Balkon da hin dann ist Gott da kann ich noch mal gut ich muss aber überall, mach überall Schuss für ich hab nicht, wieviel die ich einhabe denn ich brauch hier selber weil man so viel Put-Up braucht geliegend, nicht geliegend ich hab dir doch den B-Best Rack gegeben die war komplett leer ach so, hast du die noch? ja, die liegt in der Küste komm her komm her ich... wo hab ich was? ne ne wir können essen komm mal essen, Leute ich brauch Säulen da jetzt Alter, ich hab wohl viel zu hoch wir haben Felsisizer ich hab noch die Schotter Alter, wir brauchen mal die Schotter ich hab echt viel Schotter ich hab noch mehr da ey, da ist mir gleich wieder da ich hab noch mehr Schotter es klappt nicht, der Draco Wie viel ist das aus dem Motocuit? Ja, das ist ein Motocuit. Motocuit? Wenn ich gucke, Ich krieg auch schon. Ist das Inventar? Nein, also was liegt hier? Ne, Maple Strike & Money, darf ich die nehmen? Ich kann sie nehmen. Ich brauche Essen und Trinken. Willst du eine Kantine? Hey, du musst mir eine Kantine nehmen! Das Mac ist ja leer. Ah, gut, okay, ich habe etwas Essen genommen. Nur ich war high, ich war nur 2 Sekunden high, na klasse. Alter. Ist doch gut. Nein, meine Kantine ist weg. Ich habe eine. Kann ich die haben? Ich habe nur noch 28. Ja, wo bist du? Hier, direkt hier stehe ich hier. Los, komm da mit Luten. Ja, jetzt geht's los, geh mal weiter. Ich brauche nur, ich brauche nur, äh, Ding, Zivillenball. Ich bleibe in der Base. Ich brauche auch unbedingt Zivillen. Leute. Hm? Wer braucht Zivillenbullets? Ich. Ich, 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 ich. Ich gebe euch meine letzten. Bitte. Aber bitte, Alter. Nimmt die nützlich, Mann. Sürzen sind noch. Sürzen. Ich pass auf sie auf. Wenn ihr Zivillenbullets mehr habt, bitte gebt mir ihn wieder. Ich brauche nur 4 davon, ich brauche nur 4, dann habe ich mein Ding vollgeladen. Ich habe 216 Schuss, aber trotzdem, die sind so schnell weg. Ich habe noch eine volle Nachladung für, für euch. Also wer braucht Hawkehaut? Ich brauche einmal Zivillenballets jetzt. Ich brauche Hawkehaut Mac. Ja. Die Zivillenballets sind jetzt ausgegangen. Komm her, Pascal. Du kriegst auch wieder Hawkehaut. Hast du jetzt deine ganzen Macs geladen? Ja, ich habe jetzt, ne, ein Hawkehaut und ein für mich. Was? Eine volle Hawkehaut. Da ging nicht viel rein, für was brauchst du's? Eine volle Hawkehaut. Ich brauche nur Hawkehaut. Ja, komm her, habe ich. Die ist voll. Ja, Pascal, komm her. Oder wer? Ja, ich habe, ich brauche Hawkehaut. Ja, ich habe, ich habe 3 Hawkehaut, ich brauche selber 2. So. Eigentlich. Ich brauche nur 4, eigentlich. Ich brauche nur 4 Ballets. Ja, das dritte kann ich geben. Das dritte kann ich geben. Oh, ich brauche jemanden. Pascal, du hast doch Zivillenballets. Ich brauche davon nur 4. Nein, ich habe keine mehr. Nee, komm her, Pascal, komm her. Ja, hier. Hier. Ist voll. Gut. Danke. Oh, ich brauche nur 4 Zivillenballets. Also wir gehen jetzt, komm. Wieso, weshalb, warum, wenn ich mal bleibe dumm? Leute, ich brauche nur 4 Zivillenballets. Also wir müssen echt wieder looten gehen, man. Irgendwo. Ja. Ist das die Zivillenballets? Ich bleibe in der Base. Hat keiner mehr viel Zivillenballets? Ich bleibe auch in der Base. Ich bleibe auch in der Base. Ich habe 10 Zivillenballets noch, aber ich brauche die selber. Ähm, Pascal, du hast doch 14. Ich habe die Tom gegeben. 10. Tom, wie viel hast du noch? Ja, ich brauche die aber wirklich selber. Ich muss noch Pascal, noch, ich will noch Pascal einen Haucrowns geben. Und dann verbrauche ich noch den Rest. Tom, wie viel hast du? Ich habe was? Ausverhaltenstellung. Und mit Quentin. Keine mehr. Habe ich doch gesagt? Ja, wir haben einen Wempelstrike in der Kiste. Ja, die ist leer. Aber erstmal Riesenszombiegel. Ja, kill den Riesenszombie, bitte. Ich bin auch gerade bei Clash of Clans, leider. Ja. Ja. Boah, ich bin Rathaus Level 7 heute. Ich bin Level 6. Ich bin Level 6. Also. Ich glaube, wir beenden die Aufnahme jetzt mal. Boardshot genommen. Komm mal nachher zum Abschied X-Player. Hallo. Aber auf jeden Fall. Also. Wie gesagt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, weil es heute nicht so spannend ist. Aber immerhin. Das nächste Video folgt auf jeden Fall. Da wird es auch schon wieder spannender. Wenn es euch gefallen hat. Ja, auf jeden Fall. Also. Wenn es euch gefallen hat. Daumen hoch. Wenn nicht. Am besten nichts. Sonst einfach Daumen runter. Oder in die Kommentare irgendwas packen. Abonnieren. Wenn es euch wirklich richtig geil gefallen hat. Und ihr noch mehr sehen wollt. Ja. Und mit diesem Schuss beenden wir es. Ciao. 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 Ciao.